hallo welt da sind wir wieder und wir helfen noch mal den flüchtlingen und da kommt eine horde und die liebe sache ist auch da hallo sara ja hallo youtube vorsicht ja ja und vorsicht da kommt eine solchen verseuchte horde ich weiß gerade nicht wo du bist achter an der straße ja ich glaube wir wollen mal lieber das auto oder da ich habe ein koloss hinter mir nein ich muss fliehen vor dem koloss da ist auch noch eine aufgeblähter gewesen und überall sind horden auf der auf den straßen ich renne zum auto gerade da ist jemand nämlich ganz schön müde den koloss habe ich auch geht nicht du bist so weit ich bin zu weit weg von dir aber vorsicht dass ein koloss und auf der straße liegt eine aufgeblähter ja dann ich weiß nicht hier gehen in einer tour nur meine sachen kaputt meine waffen das ist ja unglaublich also aufs feld glaube ich kann ich nicht waren ich glaube nicht dass ich das kaputt kriege da oben den zaun oder jetzt kommt der koloss ich bin auch schon da ja du bist vorbei und ich bin jetzt auch genau in so stinker rein vorsicht da liegt ein aufgeblähter wollte ich noch sagen einsteigen ich kann nicht einsteigen wenn ich ich helfe dir warte wo du machst du ja alle platz wie machst du das was ist das denn das auto ist hinüber der koloss ich bin gegen die horde gefahren aber das ist doch eigentlich gar kein problem man kann doch locker so 23 waren normalerweise da oben waren da oben waren wir schon an den häusern da bin ich alles überprüft ja ich glaube da kommt eine rorde auf dich zu also du bist da ja die häuser die beiden die haben wir noch nicht durchsucht da wo du jetzt gerade bist wo bist du ich komme gerade ja 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 Boah, was ist denn los mit meinen ganzen Leuten? Die sind ja total schlapp. Ist das bei dir auch so? Die Waffen gehen sofort kaputt. Und die sind total aus der Puste, meine Leute. Da bin ich. Okay, du hast hier auch drei Container zu lösen. Ja, again. Ach, in so einem kleinen Farmhaus haben die doch bestimmt was zu essen. Ein Chemiebuch habe ich gefunden. Sehr schön. Dein Teddy? Aber sonst? Nichts. Nein. Du bist noch drin im Haus? Nein, ich bin schon draußen. Ja, wo finden wir denn jetzt was? Hm, dahinter, hinter dem Haus, da ist noch so ein Trailerpark. Oh, Moment, Moment, Moment. Direkt hinter mir sollte was an. Da ist doch nur das Feld. Ach so, hier. Dieser. Genau. Okay. Okay. Check this out. Aha. Reparatur-Tot-Kid. Ja. Habt ihr den Koloss eigentlich erledigt vorhin? Nein, der schlägt da hin. Aha. Denn ich war gerade... Ich war gerade irgendwie an den Bäumen festgeklemmt. Wo? Und konnte mich da nicht mehr nach vorne oder zurück oder in irgendeine Richtung bewegen. Und da stand der Koloss vor mir, genau. Hier haben wir schon alles durchsucht. Naja, aber ich muss ja das Paket... Ich muss ja einen Freude nehmen. Oh oh. Krasser Warte da oben. Da war ein Screamer. Oh oh oh. score one for me. I gotta rest a sec. that's pretty good. I'm out. Ey yo! always down to train cool sounds good sony den warum material nicht die tasche kann man nicht durchsuchen ja wir kommen jetzt nach hause mit dem auto er ist kaputt fährt nicht mehr dann gerne möchtest das unter der popo explodiert und fahren mit kreis um warum stehst du da so auf der straße dann laufen wir halt mal durch die gegend ist auch schön ins wasser das ist nicht also ja ja Es hat gearbeitet! Boah. Einmal waren so viele Autos, weißt du noch, letztens? Ja. Haben sich wohl alle schon irgendwelche Leute geschnappt. Ein Versorgungstruck ist, aber das ist weit weg. Pilato. Egal, laufen wir mal ein bisschen. Was ist das? Oh. Standardzone habe ich entdeckt. Schwierigkeit. Oh, Schreckenszone. Albtraumzone. Ja, es sind ja die neuen Zonen, die dazu gekommen sind. Ja, aber ich finde das hier schon albtraumhaft genug. Ja. Stimmt. Wo ist Jenny? Jenny kommt. Zwei Kilometer jetzt jobben. Möchtest du nach Hause laufen? Ja. Ist ja kein Auto weit und breit. Ja, da wäre ein Auto. Ja, aber in die andere Richtung weit weg. Und vielleicht fühlen wir noch was, was wir mit schleppen können, weil Jenny ist kaputt, ich bin kaputt. Und was braucht ihr denn? Medizin. Moment. Medizin. So, bitteschön. Moment. Was ist das denn hier? Totenkopfding. Ich weiß nicht. Hast du das schon mal gesehen? Ich habe es noch nie gesehen. Nicht, dass ich wusste. Gift. Aber damit kann man auch nichts machen, oder? Nee. Und? Wo hast du mir was gelassen? Hier oben. Gartenzwerge. Das gehört bestimmt zur Hauptstory, dass man hier irgendwie was finden soll. Oh, jetzt weiß ich, was das war. Oh, ist meine Jenny tot? Nein. Das war eine Bombe, glaube ich. Oder habt ihr irgendwas geworfen? Nein. Und ich habe da versucht, drauf zu hauen und alles. Jenny, komm jetzt her. Aha. Einen Platz. Okay. Was ist passiert? Okay. Right behind me. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge weiterlaufen, denke ich. Okay. Dann bedankt uns für euer Zusinn. Für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017